Bisher war der AMG A45 immer das Einstiegsmodell in die Welt von AMG und dann, rund vor einem halben Jahr, präsentiert AMG den A35. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass es keinen neuen A45 geben muss. Parallel zur Vorstellung des neuen AMG A45 zeigt AMG auch den CLA45. Optisch natürlich leicht unterschiedlich, aber bezogen auf die Fahrwerte und die Leistungsdaten fast identisch. Und das ist er, der neue A45 AMG. Und von vorne ist er sofort zu erkennen, natürlich durch den neuen AMG Kühlergrill, hier mit den zwölf vertikalen Streben. Den kennen wir zum Beispiel aus den AMG GT-Modellen. Und ganz wichtig, er wirkt von vorne extrem stark. Und das liegt daran, der ist fast 60 Millimeter breiter als der A35. Und wir haben natürlich diese super flache Haube mit den beiden Powerdomes. Und um dieses Sharknose-Design von Mercedes und gerade von AMG noch mal zu unterstreichen, haben wir im Auto extrem flache, super scharf geschnittene Scheinwerfer. Und natürlich hier an der Seite noch mal große Lufteinlässe mit zusätzlichen Streben drin, damit das Auto auch die nötige Luft bekommt. An der Seite kann man noch mal richtig schön diese super flache Motorhaube erkennen. Und in den verbreiterten Radhäusern, da stehen serienmäßig 19 Zoll Alu-Räder. Um den Wagen einfach tiefer auf die Straße zu drücken, gibt es hier unten noch verbreiterte Schwellerkanten. Und ganz wichtig, der sportliche Look. Die Sachen, die an die Sportwagen von AMG erinnern, das sind die Spiegel. Denn die Außenspiegel sind auf der Schultermuskel hier an der Tür montiert. Wenn wir weiter nach hinten gehen, dann sehen wir einen relativ kurzen Überhang am Heck. Der macht einfach Kraft und, ganz wichtig natürlich, die relativ große Abrisskante hier oben, der sogenannte Dachkantenspoiler. Am Heck unseres A45 AMG finden wir natürlich schöne schmale zweigeteilte heckleuchtende LED-Technologie. Und ganz wichtig für den sportlichen Look, vier große Endrohre. Beim normalen A45 82mm Durchmesser, bei unserem S hier 90mm. Und um diesem sportlichen Heck so den letzten Kick zu geben, gibt es außerdem on top noch den großen Diffusor. Den A45 AMG, den gibt es in zwei Varianten. Nämlich einmal in der Basisversion mit jetzt 387 PS oder in der S-Version mit 421 PS. Das sind übrigens 40 PS mehr als beim Vorgänger. Beim Drehmoment sieht es so aus, dass die Basisversion maximal 460 Newtonmeter liefert, die Top-Version 500 Newtonmeter. Gekoppelt ist das Ganze hier immer mit dem Allradantrieb und ganz wichtig mit der AMG-Automatik. Über das Thema Verarbeitungsqualität und Materialauswahl muss ich hier im A45 wirklich nicht lang reden. Denn alles ist so, wie ich es von AMG erwarte. Ich habe Top-Materialien, super verarbeitet. Und darüber hinaus hier im Auto auch noch diese schönen gelben Ziernähte, die den Innenraum einfach nochmal aufwerten. Und darüber hinaus gibt es hier vorne noch das große Widescreen-System mit dem MBUX Infotainment dahinter. Und damit habe ich hier alles an Bord, was das Fahren einfach schöner macht. Die Schalensitze hier im A45 AMG, die sind wirklich richtig bequem. Außerdem bieten die unglaublich viel Seitenhalt. Und so kann man es sich hier wirklich gut gehen lassen. Der einzige Nachteil, wie bei vielen anderen AMG-Modellen auch, ist, dass die Kopfstütze ein bisschen zu niedrig ist. Zumindest für so große Menschen wie mich. AMG sagt, dass es jetzt an der Hinterachse eine neue Kupplung gibt, die dafür sorgt, dass man die optimale Menge Kraft an das linke oder rechte Hinterrad geben kann. Das soll sich positiv auf das Fahrverhalten auswirken. Wenn man dann das erste Mal eine echte Kurve fährt und zwar etwas flotter, dann merkt man, das war eine richtig gute Idee. Okay, der A45, der ist extrem straff abgestimmt und das auch im Komfortmodus und das sorgt leider auf unebenen Strecken oder bei der Stadtfahrt für ein Minus an Komfort. Um mal festzustellen, was der A45 S wirklich kann, fahre ich damit jetzt mal auf den Yarrama Racetrack. Auf dieser Strecke hat übrigens Niki Lauda seinen ersten Grand Prix gewonnen. So, neben mir ist jetzt Bernd Schneider. Bernd muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Ich habe eine Frage. Du bist den neuen A45 hier auf der Rennstrecke schon gefahren. Ist das ein Auto, das hier hingehört? Absolut. Ich meine, jeder AMG ist gemacht für die Straße, aber der kann besonders gut auch die Rennstrecke. Und der A45 S, den wir hier haben, fühlt sich hier pudelwohl. Vor allen Dingen hier in Yarrama auf dieser Strecke mit vielen schnellen Passagen, aber auch mit den ganz langsamen Kurven. Da ist der Allrad natürlich ein Riesenvorteil. Bei den Temperaturen 42 Grad, da leiden die Reifen, aber am A45 steckt das locker weg. Und wenn du jetzt sagst, was zeichnet die denn wirklich aus, wenn du ihn auf der Strecke bewegst? Jetzt vor allen Dingen auch mal vielleicht einen Vergleich ziehen zu der normalen A-Klasse. Du nimmst ein normales Serienfahrzeug und nimmst dann den AMG. Wo sind da die wirklichen Unterschiede? Wo spürst du die? Ich meine, wir haben 421 PS zur Verfügung und das ist auf einer Rennstrecke eine wahre Freude, denn aus den Spitzkehren raus zum Topspeed-Ende-Startziel. Da braucht man Leistung und das hat der A45 auf jeden Fall genug. Der neue Allrad mit dem Differenzial auf der Hinterachse macht das Auto einfach noch agiler und noch präziser. Und vor allen Dingen hat man eine unglaubliche Stabilität in den schnellen Kurven. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Wir waren jetzt gerade über dem Thema, dass die Reifen stark beansprucht werden. Wie sieht es denn mit dem Auto aus, wenn du jetzt ein paar Runden fährst? Baut er ab oder hält er konstant die Pace? Wir haben ja hier eine Wahnsinnstemperatur von 42 Grad und ich bin wahnsinnig überrascht, wie das funktioniert, dass das Auto den ganzen Tag mit dem selben Satz Reifen fährt und die Balance konstant gleich ist. Dass ein Reifen einen Abbau hat, das kennt man aus dem Motorsport oder in der Formel 1. Da fahren die nach ein paar Runden einiges langsamer und das ist ganz normal. Aber das Wichtigste ist, dass die Balance gleich bleibt, dass der Fahrer ein gutes Gefühl hält. Und das ist bei unserem A45 gewährleistet. Der hat eine neutrale Balance von der ersten Minute bis zum Schluss, auch wenn die Reifen nicht mehr so doll sind. Und dann noch meine letzte Frage. Wie schnell ist denn der? Liegt das nur am Auto oder liegt es noch an anderen Dingen? Liegt natürlich auch am Fahrer. Ein guter Fahrer kann auch ein bisschen mehr rausholen. Aber unsere Autos sind so gebaut, dass auch nicht der Profi schnell ans Limit kommt und sich dort auch wohlfühlt. Denn ich finde Autos immer extrem schwierig auf einer Rennstrecke, die spitz zu fahren sind, die nicht berechenbar sind. Und das versuchen wir absolut zu vermeiden. Und der A45 ist für jemanden, der eine Rennstrecke mag, ein perfektes Auto, um vielleicht den Einstieg im Motorsport zu finden. So, endlich geht's los auf die Rennstrecke im AMG A45 S. Ich freue mich diebisch auf ein paar schnelle Runden und bin sehr gespannt, wie sich der Wagen hier schlägt. Es macht einen Mörderspaß. Also was mir schon mal sehr gut gefällt, ist das Geräusch hier im Auto. Mega. Das sollte Teil einer Probefahrt von diesem Auto sein, bevor man es kauft. Ich glaube, da sind ja die Leasingraten danach völlig egal. Das wirklich Schöne hier beim Fahren ist, dass das Auto wirklich, genau wie Bernd es erklärt hat, richtig gut zu handeln ist. Der Wagen kündigt ganz genau an, wann er was macht, wann du ihm zu viel abverlangst. Es ist keine harte Kante, sondern du merkst rechtzeitig, dass das Auto ans Limit kommt und dass du jetzt besser mal ein bisschen ruhiger machst. Wirklich klasse. So, Bremsen funktionieren super, schön dosierbar. Richtig schön, wie der hier um die Kurve geht. Absolut klasse. Beschleunigungs auch. Genauso wie er sich anhört, genauso fährt er sich. Das war es hier, meine Runden auf dem Racetrack. Was für ein Spaß. Wirft man einen Blick auf die Wettbewerber des AMG A45S, dann ist die Liste relativ kurz. Es gibt zwar reichlich sportliche Kompaktwagen wie zum Beispiel den VW Golf R, Ford Focus RS oder Hyundai i30 N. Doch beim Thema Leistung kann kaum ein Fahrzeug mithalten. Einzig der BMW M2 Competition mit seinen 410 PS oder der 400 PS starke Audi RS 3 kommen in die Nähe des 421 PS starken AMG. Beim Preis stehen die Wettbewerber dem sportlichen Mercedes jedoch in nichts nach. So kostet der Audi RS 3 ab 56.000 Euro und der BMW M2 Competition ab 61.900 Euro. Wichtig ist noch zu wissen, dass sowohl der Audi wie auch der AMG bereits in der Basis sowohl über eine Automatik wie auch Allrad verfügen. Der eher für Puristen gedachte BMW fährt ab Werk mit Heckantrieb und 6-Gang-Handschaltung vor. AMG sagt, sie haben die Laufflächen im Motor mit Nano-Slide beschichtet, um die Reibung zwischen Zylinder und Kolben zu verringern. Außerdem wurden die Auslassventile im Vergleich zum A35 deutlich vergrößert, um die Verbrennung nochmals zu optimieren. AMG sagt, dass im Vergleich zum A35 der Motor im A45 um 180 Grad gedreht eingebaut wurde, unter anderem damit der Motor besser Luft bekommt. Viel wichtiger ist aber, was dabei rausgekommen ist, nämlich ein Motor, der extrem agil ist und der unglaublich viel Spaß macht. Wenn man hier das Gas durchtritt, ist einem eigentlich völlig egal, warum er macht, was er macht. AMG gibt den Verbrauch des A45 mit rund 8,3 Litern auf 100 Kilometer an. Während unserer Testfahrt haben wir eher so 10 Liter gebraucht. Das allerdings bei normaler Fahrt. Und ich denke, wenn man das Auto richtig tritt, dann sollte man vielleicht auch eher mit 13 bis 15 Litern rechnen. Das war meine erste Probefahrt im neuen Mercedes-AMG A45 S. Das AMG sagt, der Wagen ist die Speerspitze in dieser Klasse, wenn es um das Thema Performance geht, wenn es um Leistung geht und natürlich auch, wenn es um Fahrspaß geht. Und ja, das kann man eigentlich nur so unterschreiben, denn in dem Auto, sowohl auf der Straße wie auch auf der Rennstrecke, hat man richtig viel Spaß. Was mir am Fahrzeug wirklich sehr gut gefällt, das ist zum einen das Exteriodesign, denn er unterscheidet sich ganz klar nochmal von der normalen A-Klasse in ganz klar ein echter AMG. Und was ich hier richtig klasse finde, ist die Spreizung bei den Fahrprogrammen zwischen komfortabel bis hoch zu Race. Denn man hat wirklich bei jedem Mal, wenn man den Schalter umlegt, das Gefühl, man fährt fast schon ein vollkommen anderes Auto. Der Preis vom Fahrgender ist noch nicht kommuniziert worden, aber ich würde mal tippen, die normale Version wird so bei rund 55.000 Euro liegen. Der S, so wie ich ihn gefahren habe, wird anfangs bei wahrscheinlich ganz knapp unter 60.000 Euro. Also sicherlich kein Schnäppchen, aber dafür ein AMG mit richtig viel Wumms unter der Haube. Für mich ganz klar einer der, wenn nicht sogar der beste Wagen, wenn es um Performance geht, in der Kompaktklasse. 向양 und Untertitelung des ZDF, 2020